tonio via den habe ich jetzt gerade noch eben markiert markiert in der zeit hier was das tun sie nicht lang läuft wir haben sie doch gerade ins gebüsch gebracht oder 33 struts die liegen da alle ich sehe ich könnte die looten soll ich die nun na der kommt der toni ja lass den toni kommen du kannst du möchtest hatte mal ich gehe mal ins gebüsch ins andere gebüsch mich hat irgendetwas gesehen aber da oben ist einer scheiß die wand an dann nicht den irgendwie oh man ja wer ist das denn ich gehe mal zum toni parisi der parisi ich gehe mal zum toni parisi ich immer zum erdbeeren hier ja ich bin beim parisi ist doch schön dass man parisi ist für den parisi jetzt weg sniper aber das wollen sehr sicherlich nicht ich muss mal ein stein ich mein stein schmeißen waren sie mal warten sie mal warten sie mal machen kein quatsch und stein da fliegt da muss man eben den den georgio albohne holen lassen sie mal auf ich hole mal eben jetzt geht das schon wieder los das ist ja mal stehen das ist doch nur hohe mohren hoffentlich sieht er mich da oben nicht so finde die dokumente sagt er mir dass sie wird sehr nützlich ist unsere aufgabe leute die dokumente des damit amore ich meine die liebesdokumente zu finden legen sie mal dahin dann kann ich auch noch mal reingucken ja gut ein bisschen besser hätten sie legen können aber alles gut dann gehen wir mal da rein wie jemand der rein scheißt was war das denn so bin ich tot ja weiß ich nicht ich bin verletzt worden gerade richtig heftig weiß ich nicht wieso wir müssen mal runter in den keller ja kommen sie mit hat er war das stacheldraht dran am fenster oder so hat vielleicht doch ein schwein was so strunzen ja ein stachelschwein namen strunz also hier scheint wohl nichts zu sein ist ja noch gegangen nach unten was man oder keine mutter in die gatter kommen wenn auch hier die renter wieder da weißt du wo bin ich hier ach du scheiße ach du heiliger strunz wie geil ist das denn das finde ich ja geil ach du heiliger strunz hier unten ist da oben lang gehen können hier ist er da da kommen wir aber nehmen jetzt nicht mehr aber jetzt von da drüben rüber springen können also erwarten wir mache ich mach ich habe den ab wo denn hier unten liegt da oder naja guck du mal ob da noch mal ist ja ich guck schon ach du scheiße mich verarschen ach du scheiße ach du scheiße sie ist ja ist ja riesig das ja gemäuer hier unten er liegt die schon aber ein paar jahre länger das sind du gemacht dokumentos waren das aber wir haben doch immer noch nicht gewohnt was denn was wollen wir den film ab dachte den hast du gefunden und war nicht okay aber eigentlich schon warte ich guck mal hier geht es nicht mehr weiter aber hier oben geht es weiter kann ich ihnen sagen kommen sie mal zu mir also das war der ab da unten ja das habe ich mir auch so gedacht so hier schon drin gewesen gehen sie mal rein ach du scheiße das ist doch voller labyrinth hier ach was ach du was sie nicht sagen ja wir kommen gleich garantiert in das kloster stimmt von hier aus wir sind schon im kloster sie sie wir sind schon hier im kloster das gehört schon zum kloster kloster frau milissen geiste oder gucken mich köpfe an ich glaube ich schmeiße man stein allein ich will mich doch nicht heilen ach ich bin da war doch geheilt oder ein stein werfen da oben geht dann hoch ja ich weiß aber hier geht auch noch ein weg rein was auch noch ein weg ne ich gehe nur hinter die katapumpen äh katapumpen 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 aber ich gehe mal da hoch deckst du mich ja moment ey sag ja nicht moment wenn du zuerst hoch gehst kann ich die in die decken flachweife der hat ähm 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 der hat er gesagt er wird schon wissen er wird schon wissen warum er das getan hat der shelly sag mir was das heißt der hat ähm die so stopp mal stopp stoppen wir müssen jetzt einmal gucken was für dokumente uns noch fehlen ok einmal escape nur drücken dann siehst du es also sammeln ein brief aus in die heimat genau äh drei briefe aus der heimat ja zwei abschiedsbriefe ja dann haben wir noch zwei dienstpläne sechs dokumente zwei scharfschützen berichte mhm ja die werden wir wohl ja da müssen wir gucken da müssen wir gucken wo die stecken ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern wo die scharfschützen waren wenn ich mal ehrlich bin ich weiß der eine der weiß ich ja der ist in der strati humor da statt genau wir machen jetzt strati strati weiter so warte mal hier ist einer ach du scheiße teilen wir uns ich weiß nicht da würde ich jetzt hier die treppen hochgehen ne 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 ich komme mit dir ich bleibe lieber bei dir ok dann komm hast du die hdm ausgerüstet scheiße ist natürlich komme ich nicht raus ja dann müssen wir doch da hoch machen sei denn es sei denn ich kriege ich kann die tür aufmachen aber das wäre in diesem spiel ja strativari ne ok ich komme zu dir ok dann lass uns da da kannst du durch die dna raum da da hat einer was gemerkt ja wir sind über uns viele haben was gemerkt wenn wir glück haben kommen die jetzt gleich die leiter runter wenn du ein steinchen schmeißt dann können wir die alle hier so nacheinander wir warten mal hier achte du auf deine linke seite ok und auch die rechte weil die können von allen seiten kommen jetzt gleich oben steht auch einer ja ich höre schritte ok da bist du hier kommt irgendjemand hoch ah der erste kommt runter die treppe hier ja sauber ich hole mir den weg ja der nächste ist schon den aktischen der kommt schon die bewegen sich gerade da alle aber ist der einzige zugang hier ne naja gut ich weiß nicht wo ich den ablegen soll ich ihn doch hier hin einfach ok und der nächste lass ihn kommen oh kommen sogar zwei der erste kommt der zweite kommt auch das war erledigt ja ich helfe immer hoch aufpassen da kommt der nächste durchsuche aber vorher naja ich bin dabei hat nuller wieso sagt er das denn jetzt hat sich wieder beruhigt ja warte das können wir ändern so sieht es aus ich schmeiße ein steinchen das hat sich jetzt aber sehr laut angehört ist aber zu ruhig hier dass keiner mehr glaube ich guckst du eigentlich gar nicht auf die minimap doch gucke ich aber die sind wahrscheinlich zwei etagen über uns dann gehen wir mal eine höher ich gehe mal höher ganz sicher alles beruhigt zu haben ok sie können kommen ähm aber hier nochmal einschmeißen warte ich schmeiß mal ein steinchen warte 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 oder mach du los weg ja 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 ich bin ja schon weg siehst du von da aus was ja 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 ich kann halt sehen wenn der runter kommt was steht da da oben warte der kommt runter ich muss nicht treffen er ist ja schon unten los hol ihn dir komm jawohl abschiedsbrief ich weiß nicht ich weiß nicht ich äh riskier's ja kannst du glaube ich da ist was das gleichnis von barmherz noch ein verschiedenes dokument ok lasst uns zum fenster gehen fenster kein fenster ist so ein balkon hier soll ich mal draußen ein steinchen schmeißen nein besser nicht du kannst aber gerne mal rausgehen wenn du möchtest ne da möchte ich nicht raus dann mach ich das das ist so gefährlich warte ich schmeiß hier ein steinchen was hältst du denn davon viel interessanter ne da ist keiner mehr äh du kannst aber hier rauskommen und dann ist das ist hier nämlich der strunz kommt pass auf der kommt wenn geräusch gehört der kommt jetzt da direkt zu am fenster lang noch sehe ich den strunz nicht da ist er hinter dir ich sehe den strunz hier nicht ja da kommt jetzt was er der kommt hier raus der kommt hier raus miri entschuldige bitte es sind sie alle rot da kommt der nächste gleich hinter dir das ist schlecht die können wir auf die füße treten der ist du ja aber die sind nur noch gelb nicht mehr rot das ist ein riesen ding hier ne mhm alte falte hier riesen ding aber du kannst mal hier rauskommen und mal gucken ob du irgendwie einen Adler siehst oder so ein Adler hier ich geh mal hier rein oh nein ich geh wieder ja würde ich dir aufraten es ist viel zu groß ok ich musste das jetzt machen miri du kannst du wir müssen die hier locken das bringt alles nichts ja hatte ich ja vor gehabt ich warte ich log die mal hier hin brauchst du nur den flur warte ich mach das von hier aus ach hast du schon da kommt was das action kommen alle gerannt pass auf da ist jetzt einer an der tür oh nein ja puh sieht ganz sauber aus im moment oh da kommt noch was hinter dir scheiße scheiße besser meine trappier doch endlich wo verstehe das nicht Eckung aufgeflogen von wem denn oh hä was kann ich denn in nummern nein hinter mir alter boah noch einen schuss und ich wär tot gewesen ja okay ich hab verstanden jochsten wir müssen die vom eingang wegräumen verstanden ich muss mal eben kurz ich muss mich verbinden ich verbinde mich mal eben ja weil hier ist jetzt keiner mehr eigentlich will er so viel ich mach mal hier sauber ne sonst ist nichts mehr zu finden aber es soll jetzt nicht heißen dass ich als frau das mache ne sondern als kameradin ne achso verpissen sie sich das möchten sie nicht ne das stimmt natürlich auch nicht die frage ist gehen wir jetzt nach oben oder sicher gehen wir nach oben äh weil man von oben immer einen besseren ja kommen sie mal ja gehen sie doch auch hier ja hier hoch jetzt nochmal werden oben ich kann dir nicht helfen denkt dran so bist du mich jetzt ganz woanders als ich bin oben auf der brüstung warte mal ich kann den vielleicht von der Oh, warte mal, der rennt hier lang. Kommen Sie mal zu mir, Herr Ochsen. Kann ich nicht. Wäre aber gut. Ich bin ganz woanders. Okay. Weil Sie haben wieder, Sie sind einen anderen Weg gelaufen als ich. Okay. Ich habe hier oben, aber ich weiß nicht, ist da noch einer? Ich habe hier einen Safe. Warte mal. Oh, scheiße, der kommt. Ich habe die Kombination nicht. Ja, warte, ich bin hier dran. Wenn der jetzt stehen bleibt, dann kann ich mir den holen. Wir haben doch einen Offizier abgeknallt, ne? Seien Sie ruhig, seien Sie ruhig. Seien Sie aber nicht. Jawohl. Zersuch den mal. Gehen den mal mit. Ich kann zu Ihnen nicht kommen, ich bin noch ganz woanders. Puh, das war jetzt ein guter Kill. Ja, wir hatten einen Offizier, aber... ...dipr auf den Abt oder so. Kommen Sie mal zu mir, hier haben wir mehr Möglichkeiten, Herr Ochsen. Ja, bezweifle ich. Doch, haben wir. Kommen Sie mal zu mir. Ich kann zu Ihnen nicht kommen, ich bin noch ganz woanders. Ach, Herr Ochsen. Ich bin auf dem Dach dieser ganzen Geschichte hier. Ja, guck mal an, ich auch. Ich sehe Sie da oben laufen. Ja, Leute, manchmal muss man einen anderen Weg gehen, das bringt ja alles nix. Hier oben ist jemand. Der kommt jetzt auf mich zugleich. Warte. Warte. Hä? Warte mal, ich locke den mal. Ah, der kommt schon von alleine. Okay. Ja, wie Porno, das verstehe ich jetzt auch nicht. Nein, nicht verbinden. Scheiße. Ziel in der Nähe. Und der Nächste. Scheiße, ich hätte ihn mal wegnehmen sollen von hier. Wir gehen ganz leise der ganzen... Okay, da kommt der Nächste. Ja, ja, der ist... Du bist unter mir gerade. Was sich sehr komisch anhört. Bist du, Povero, Diabolus! Okay. Hast du es erledigt? Ja. Okay. Bisschen, bisschen Casala, aber mein Gott. Noch ein Brief aus der Heimat. Sehr schön. Kann ich hier irgendwo runter, ohne dass ich mich verletze? Ich bin... Komm mal, komm mal zurück. Warte. Komm mal vor, ob ich irgendwie... hier runterkomme, ohne dass ich mich verletze. Aber wenn ich jetzt unterstürze, kannst du mich holen, ja? Aber ich speicher. Geh da wieder zurück. Ich speicher vorher. Geh doch einfach wieder zurück, den Weg, den du gekommen bist. Dann kannst du die Treppen hoch und dann da hoch. Ist ganz sicher. Aber hier, guck mal, ich hab doch hier den... den Ding. Den Schlüssel. Ach so, ja. Wo bist du denn hier? Ich spreng das Ding jetzt einfach. Nein, 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 nein. Ich kann die Kombination verwenden. Ich hab's. Ah, okay. Soll ich machen? Dann... Ja, mach. Boah, was der hier hat. Jawoll. Ich hoffe, es geht ihm gut. Supi. Supi, supi, dupi, dupi. Okay. Ich komme jetzt zu ihm runter. Ja, wo denn? Ja, weiß ich nicht. Da, wo eine Treppe ist, ein bisschen. Okay. Ich guck mal eben. Ich weiß nämlich im Moment... Nicht so genau... Gehen Sie einfach den Weg wieder zurück, den Sie gekommen sind. Ja, das ist dumm. Warten Sie mal. Ich kann Ihnen helfen. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Warten Sie mal einen Moment. Oh, ich habe hier noch was gefunden. Schön. Mussolini. Jetzt haben wir alle... Alle haben wir jetzt. Wir sind noch so viele Gegner, ne? Hm. So, passen Sie auf. Ich komme jetzt mal zu Ihnen da runter. Ich bin oben. Ich bin nicht unten. Ja, ich meine oben oder unten oder wie auch immer. Spieler gesichtet. Oh, ein Sniper. Ich habe ein Sniper gesichtet. Ja. Ich hole ihn mir. Ja, muss ich machen. Geht nicht anders. Na komm. Komm her, Kollege. Komm. Was sind sogar zwei Treppen, Mann? Sniper ist down. Ja. Boah, wie viele Treppen bist du denn hochgegangen, ey? Jetzt gibt es Kassala hier. Kommen Sie ran, Sie müssen mir helfen. So, wo bist du denn? Nein! Ach, Mann. Wow. Wie. Der war geil. Ist jemand, der abgehoben ist? Ja, habe ich gesehen. Da bist du ja. Ja. Komm. Sind ein bisschen außer Puste allerdings. Ja, einer ist noch hier um die Ecke irgendwo. Ja. Wir haben noch nicht alles gefunden. Wo ist der? Einer ist hier irgendwo. Hier sind mehrere eigentlich. Da kommt noch mehr angelaufen jetzt gleich. Ja, hier ist einer noch hinter. Komm mal, wir gucken mal, ob wir eventuell da, äh, ich durchsuche den mal hier. Der Oma am Dach? Nee, dann wird er dich ja sehen. Äh, ich hab meine MP40 getauscht. Oh, operativer Überblick. Wieder ein Sammelobjekt. Ein Sammelobjekt brauchen wir noch. Das wird sehr nützlich sein. Äh, wieso ist die MP40 weg? Weiß nicht, ist mir vorhin auch passiert. Aber mit der Pistole. Na egal. Weiter geht's. Hier ist ein Gegner. Ja, wegmachen. Zeit vor deinen Schöpfer zu treten. Das Knochen gehe ich nach. Ich glaube, du hast etwas für deinen guten Freund, Senior, die Nelly. Okay. Da ist der mit dem Rosenkranz. Da oben könnte ein Scharfschütze lauern. Ich muss auf Fallen achten. Ich läute die Glocke. Bereit? Ja. Der Rosenkranz. Beweis genug. Jetzt, wo die Nellys Leute wissen, in welchem Laster sich die Kunstwerke befinden, können sie ihren Hinterhalt planen. Die Glocke? Ja, hab ich doch gemacht für den Hinterhalt. Wir müssen nach oben. Ach. Noch höher? Ja. Hier, komm mal hoch. Ja, ich komm hier auch nach oben. Oh. Uh. Alter. Oh. Ich hab doch hier den Sniper erledigt. Hey. Leise, aber tödlich. Ah, scheiße. Oh nein. Wo bist du? Ja, oben. Ganz oben, oder? Komm doch erstmal hoch. Wo bist du denn oben? In dem Turm hier. Hey. Hier war eine Sprengfalle. Okay. Hab ich nicht gesehen. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, sie haben sich wieder mit irgendjemanden... Nein, nein, hier war eine Sprengfalle. Okay. Scheiße, ich hab nicht drauf geachtet, ey. Ja, dann achten sie jetzt aber bitte drauf. Ja, ja. Nehmen sie ihre... Einen Sniper hab ich hier. Ja. Schatzschützen bricht den ersten. Jawohl. Okay, hier unten muss noch einer sein. Nur der muss hier... Da, ich sehe ihn. Sie ist hin, wo? Wo denn? Ach, da, ich sehe ihn auch. Doch da oben, ey. Ich hab mir vorhin schon gedacht. Warte, ich hol ihn mir. Ach, ich wollte ihn doch holen. Ei. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Okay, dann kannst du ihn looten, da unten. Nice, Herr Ochs. Nice. Nice? Finden sie gut, ne? Nice. Gefällt dir doch, oder? Very, very nice from you. Yeah. Ja, sie müssen mir nicht danken. Very, very nice. Ja, sie müssen mir nicht danken. Jetzt fallen sie mir nicht auf die Knie hier, oder so. Ne, lassen sie halt mal schön sein, hier auf die Knie gefallen, oder so. Ich möchte das nicht. Das ist mir peinlich. Ah, very nice from you. Ja. Aber ich wusste doch, dass der da irgendwo ist. Aber da sind noch mehr. Naja. Aber wir sollen das Gebiet ja verlassen, hat er gesagt. Ich darf den nicht looten, sagt er. What? Darf den nicht looten. Warum nicht? Alto Belli. Ist das denn hier der Kronprinzen-Saal, oder was? Boah. Alto Belli, das ist ja hier. Boah. Das sieht aber ganz toll aus hier, ne? Ja, du warst noch nicht hier oben. Ja, stimmt. Ich schaue jetzt noch einmal nach. Was fehlt uns noch? Ja, gute Frage. Was fehlt uns noch? Briefe aus der Heimat. Zwei Stück und ein Abschiedsbrief und drei Dokumente. Und ein Scharfschützenbericht. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wo der eine Scharfschützenbericht war. Der müsste gewesen sein, irgendwo in dem Bereich. Puh, das wird eine Suche nach Nadel. Immer höher auf. Hier, hinten, hier, irgendwo, hier war der. Dann müssen wir aber über die Brücke gehen. Das wird wieder eine Suche werden, hier, Herr Ochsen. Aber wir sollten vielleicht das Ganze in die nächste Folge übertragen. Ja, ich gucke gerade. Ja, alles klar. Okay, Leute, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Tschö.